Anfang April 2024 habe ich 18 Wohnungen verkauft. Wohnungen, die mir nicht gehören, für annähernd eine halbe Million Euro. Und warum das für dich als Betreiber im Bereich der Kurzzeitvermietung spannend sein kann und eine ganz neue Perspektive aufmacht, darüber wollen wir heute sprechen. Und damit willkommen zurück bei B&B Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, von Service Apartments, AirBnBs und Co. Mein Name ist Hendrik Kuhlmann, ich betreibe Ferienwohnungen seit 2019. Wir sind seitdem gewachsen, immer weiter gewachsen und jetzt war es mal Zeit, dass wir uns von einigen Wohnungen getrennt haben. Was man zum Anfang vielleicht noch wissen muss, ich selber besitze keine Immobilien. Das heißt, die Art und Weise, wie ich mein Geschäft aufgebaut habe, ist im Arbitrage-Modell passiert, beziehungsweise Rent-to-Rent. Das heißt, ich habe Immobilien gemietet, das Ganze eingerichtet und mit der Zustimmung der jeweiligen Eigentümer, das entsprechend weiter vermietet über Airbnb oder Booking.com. Und 18 unserer Wohnungen, die habe ich jetzt verkauft für fast eine halbe Million Euro. Bisschen drunter ist es, aber weit über 400.000 Euro immer noch, also zwischen 400.000 und 500.000 Euro. Und das sind Wohnungen, die mir einfach nicht gehören. Also was habe ich am Ende des Tages verkauft? Mietverträge, Möbel und Inserate. Und das ist ganz spannend, denn mir wurde immer gesagt, hey Hendrik, du baust ja, weil du ja die Immobilien gar nicht kaufst, gar keine Vermögenswerte im eigentlichen Sinn auf. Und jetzt haben wir einen Teilexit gemacht, einen mittleren sechsstelligen Betrag dafür bekommen. Und sehr spannend, dass sowas möglich ist. Wir hätten sicherlich auch ein bisschen mehr verkaufen können, aber die Wohnungen, von denen wir uns getrennt haben, die passen strategisch gar nicht mehr so wirklich zu dem, was wir eigentlich heute machen. Anfang der Woche habe ich ein Video veröffentlicht zu unseren Neubau-Apartments. Und das ist eher das, womit wir, meinen Apartmentbetrieb, jetzt weitergehen werden. Und was haben wir jetzt verkauft? Naja, wir haben verkauft in Augsburg neun Wohnungen und wir haben verkauft neun Wohnungen in Koblenz, unser Standort in Koblenz. Warum hat jetzt das nicht mehr so wirklich ins Konzept gepasst? Nun, Augsburg sind so ein bisschen meine Anfänge gewesen. Ja, da haben wir unsere ersten Gehversuche gemacht. Da war auch unser Konzept, das wir heute natürlich anbieten wollen, was wir in den Neubauten verbauen wollen, bei weitem noch nicht das, was es heute tatsächlich ist. Und dementsprechend hatten wir hier in Augsburg teilweise noch Einzelwohnungen. Oder wir haben sowas wie unser Penthouse gehabt. Oder ich sag mal zwei Studio-Apartments im sogenannten Augsburger Hotelturm. Oder ein Haus mit fünf Wohnungen, was wir 2019 und Anfang 2020 tatsächlich eingerichtet haben. Habe ich dir auch nochmal verlinkt, weil dieses Haus, was jetzt mit in diesem Verkaufspaket war, auch ganz ordentlich performt hat von Anfang an. Und das haben wir rausgegeben. Weil, was wir stattdessen machen wollen oder jetzt mittlerweile machen, ist natürlich, dass wir ganze größere Gewerbeimmobilien, ganze Etagen betreiben, dass wir Gebäudeteile betreiben oder eben komplette Neubauten, die für uns entstehen. Und so eine einzelne Wohnung, die wir vielleicht aus 2020 noch hier in Augsburg hatten, die passt dann nicht mehr wirklich so ins Konzept. Und dann habe ich Koblenz abgegeben, neun Wohnungen in Koblenz. Und im Übrigen all die Wohnungen nicht, weil sie irgendwie schlecht gelaufen sind, sondern weil sie nicht mehr zu uns gepasst haben und weil wir dafür auch wirklich eine ordentliche Stange Geld bekommen haben. Koblenz habe ich abgegeben, obwohl wir dieses Haus quasi erst vor einem Jahr eröffnet haben. Also Koblenz haben wir aufgemacht im März 2023. Und auch das ein guter Standort. Das heißt, er ist profitabel gelaufen, aber auch nicht mehr das, wofür ich mit meiner Marke Bright stehen möchte. Denn was wir in Koblenz nicht hatten, ist ein Aufzug. Auch dazu haben wir schon mal ein YouTube-Video gemacht, kann ich dir an der Stelle auch nochmal verlinken. Denn in Koblenz haben wir Apartments im zweiten, dritten und vierten Stock. Jeweils drei Apartments pro Etage und keinen Aufzug. Aber das Problem ist, in Koblenz gibt es einen physischen Aufzug. Das heißt, der Schacht ist da, aber der Aufzug, der ist so alt, der wird nie wieder in Betrieb genommen werden. Und das hat natürlich immer und immer wieder auch irgendwo unsere Gäste-Experience beeinflusst. Und dementsprechend ist die Entscheidung da einfach gefallen, diese Einheiten rauszuverkaufen und quasi ein neues Kapitel aufzuschlagen. Warum hat das jetzt im Grunde überhaupt funktioniert? Warum konnte ich diese 18 Wohnungen abgeben? Weil sie genehmigt waren. Und das ist ganz, ganz essentiell. Denn du kannst natürlich sowas auch nur veräußern, wenn du wirklich die Genehmigung dafür hast. Sonst entsteht aus meiner Sicht nicht wirklich ein Wert auf dieses Business als solches. Denn die Immobilie habe ich ja nicht verkauft, sondern das Geschäft, das wir mit dieser Immobilie machen. Die Mietverträge, die wir da hatten, die haben auch noch eine entsprechend längere Laufzeit. Das heißt, für den Käufer, das ist übrigens eine größere Firma, die wachsen über solche Zukäufe, hat sich das oder rechnet sich dieser Verkauf, weil wir nachweislich Profit machen mit den Einheiten und auf den Verträgen natürlich auch noch eine entsprechende Laufzeit da ist, sodass sie im Prinzip das einfach kalkulieren können und fremdfinanzieren. Für mich eine coole Geschichte, wenn ich mir überlege, dass ich mal mit 10.000 Euro gestartet bin. Jetzt haben wir mal 18 Apartments abgegeben, dafür fast eine halbe Million bekommen. Wenn ich damit einfach basierend darauf mein restliches Portfolio bewerte, dann sind da mittlerweile doch gute Vermögenswerte so gesehen entstanden, beziehungsweise haben wir eine ganz gute Bewertung eigentlich da drin. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Perspektive, dass das funktioniert und dass es dafür auch wirklich Käufer gibt. Und das haben wir jetzt einmal vorgemacht für dich, damit du diese Perspektive jetzt auch hast. Denn jetzt kannst du, wenn du das Ganze richtig machst, das sauber genehmigst, diese Einheiten auch wieder verkaufen. Das heißt, es entsteht ein Wert, der basiert auf dem Ertrag der jeweiligen Einheiten. Und das ist halt einfach nochmal eine schöne Exit-Perspektive. Das heißt, man kann auch auf neue Projekte mal draufschauen und sagen, hey, mein Plan wirtschaftlich mit diesem Objekt ist, dass das vielleicht drei, vier, fünf Jahre zu betreiben und dann zu veräußern. Also es ist durchaus sehr, sehr spannend und der Grund, warum wir jetzt eben 18 Apartments weniger haben. Bis zuletzt waren es etwas über 90, jetzt sind es 18 weniger. Keine Sorge, da kommen auch wieder 26 im Sommer dazu. Und das einfach mal ein kleines Update. Wenn du Fragen rund um dieses Thema Exit-Fähigkeit im Arbitrage-Modell hast oder im Rent-to-Rent-Modell, schreib die gerne in die Kommentare. Und ich freue mich auf jeden Fall. Wir haben uns damit so ein bisschen von den alten Kapiteln gelöst, sind jetzt frei für Neues, nutzen jetzt auch diese Zeit zum Beispiel gerade zum Büroumzug, die wir gewonnen haben, einfach weil diese Einheiten rausgegangen sind. Und dadurch, dass es eben nicht mehr die Struktur ist, die wir heute ein, ich mache mit ganzen Gebäudeteilen, ganzen Gebäuden, ist es natürlich auch so, dass wir einfach logistische Prozesse, gerade in Augsburg zum Beispiel damit haben, um Wäsche zu verteilen und so weiter und so fort. Das heißt, vieles fällt hier raus. Bei uns der Bestand wird einheitlicher, nimmt bei uns auch operativ wieder Last raus, gibt uns Ressourcen, die wir wieder woanders verwenden können für weiteres Wachstum und vor allen Dingen auch Zeit, um nochmal an vielen Stellen zu schrauben, eben sowas gerade zu machen wie den Büroumzug. Und dazu wollte ich dir heute einfach mal einen Einblick geben. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Wenn du auch im Bereich Kurzzeitvermietung starten möchtest, wenn du dir so ein Geschäft aufbauen möchtest, dass du potenziell auch verkaufen kannst, dann können wir dir natürlich helfen. Wir helfen Gastgebern, die komplett am Anfang stehen, die bei Null stehen. Das heißt, wenn du noch keine Ferienwohnung betreibst, können wir dir helfen beim Start, beim Finden des richtigen Standorts, wie du Eigentümer überzeugst, wie du die Wohnung einrichtest, anschließend betreibst. Genauso können wir dir aber natürlich auch helfen, wenn du schon erfahrener Gastgeber bist, wenn du schon Ferienwohnung betreibst, um hier auf das nächste Level zu kommen. Wir helfen dir gerne, melde dich bei uns auf bnbprohosting.com für ein kostenloses Erstgespräch an. Dort schauen wir uns dann mal an, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich auf deiner Reise am besten unterstützen können. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen und Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.